Herzlich Willkommen zurück, schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind hier immer noch beim Rätsel. Ich muss alle Kästchen ausfüllen. Moment, das heißt also, es müssen in jedem, verstehe ich das richtig, dass in jedem Feld drei sein müssen? Mit Äpfeln im Gepäck, mit Äpfeln im Gepäck war ich niemals traurig. Dann geht das auch. Sie verhalten mir immer zu großer Stärke. Apfel ist nicht traurig, sondern macht wütend und stark. Heroische Taten, also der Hirsch hier und hier, konnte ich, und da das nicht geht, muss das ja hier sein. Also, heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen verbinden, an denen ich nicht traurig war. Das sind die beiden, aber welcher von denen ist es? Mit Wut im Bauch, konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Ach, nie. Das heißt, die beiden. Fokusnüsse bewahrten mich immer vor Schläfrigkeit. Ist das jetzt hier schläfrig? Dann wäre es ja das. Genauso wie hier der Igel. Der Igel. Fokusnüsse hingegen, da. Bewahrten mich immer zuverlässig vor Schläfrigkeit. Bewahrten mich? Weiß das dann das? Gott. Wenn der so weitermacht, hat der bald überall einen grünen Haken drinne. Der Igel ist nach wie vor kein Igel. Was? Ja, das ist ein Stachelschwein. Ist okay. Gnors ist ein Wunderschön. Ich rätsel hier gerade. Ich raff das nicht. Ich hab doch jetzt hier... Geh ich davon aus... Das ist doch jetzt mal gerade die Frage. Also, den Tipp lasse ich mir von euch erlauben, liebe Freunde. Heißt das, in jedem Feld müssen drei Kästchen sein, weil nur eine Antwort geht? Abend, Ingo. Oder heißt es, ich kann alles anklicken, bis auf die Eigenschaft, die nicht gefordert wird. So wie hier. Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Das heißt, wenn er hier, also Heroisch, der Hirsch, wenn er gut gelaunt war, konnte ich sie vollbringen. Und... Wenn er wütend war. Oder bedeutet... Also heißt das jetzt, die beiden... Oder heißt das, die beiden müssen weg und es geht nur einer? Wow, danke, Ingo. Ripp, Brina. Was? Guten Abend, Elektroplasma. Wunderschön. Ähm... Du brauchst mehr X als Haken. Was? Ah, okay. Also... Ach so. Oh, ich kann hier Xe setzen. Ich muss alle Fältchen ausfüllen. Ah. Okay, das kann ich ausschließen. Es ist ja ein Ausschlussrätsel. Ich hasse sowas, ne? Vor allem, wenn die Antworten noch nicht so richtig sind. So, jetzt gehen wir das nochmal durch. Das wäre technisch... Die Antwort, ganz klarer Fall, für ein KV-Diagramm. Das ist dann in einem logischen Term übersetzen und vereinfachen. Vielen Dank. Das ist eine super Antwort. Okay, also, wir checken das mal durch. Wie jeder weiß, erzeugt jedes Essen genau eine Emotion und fördert eine Eigenschaft. Wir haben raus, dass die Banane fröhlich stimmt. Das hat uns der Opa erzählt. Eine Kokosnuss macht traurig, also muss der Apfel ja wütend machen. Ne? Denn er hat gesagt, und hier auch eins, mit Äpfel im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig. Das heißt hier, traurig kann ich ausschließen. Denn sie verhalf mir immer zu großer Stärke. Apfel auf dieser Reihe, Bär, Stärke. Check. Für mich Rätsel 1. Ich glaube, wenn es richtig ist, wird eh getriggert. Na super. Okay, stellen wir uns schon mal drauf ein, die nächsten 20 Folgen. Wir stecken bei einem Diagramm-Rätsel. Heroische Taten. Heroisch ist der Hirsch, also hier. Konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Dadurch, dass ich jetzt hier nicht auf die Früchte zugreifen kann, bleibt mir also nichts anderes übrig. An denen ich nicht traurig war. Heißt das jetzt? Ist der Trigger jetzt auf den beiden Tagen, an denen ich nicht traurig war? Oder lautet es, ey, warte mal. Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Verstehe ich so, dass ich die beiden hier machen muss. Und nicht hier das X setzen. Obwohl es ja eigentlich sagen kann, okay, heroischer Traurig wäre hier das X. Kriege ich das hin? Ja, ich glaube schon. Mit Wut im Bauch, das ist hier, Wut im Bauch, konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Das wäre hier. Das heißt, wenn der Bär steht für Stärke. Das heißt, die beiden. Gut. Check. Absolut falsch. Kokosnüsse hier bewahrten mich immer vor Schläfrigkeit. Also Traurig-Schläfrigkeit, verstehe ich das so. Aber Schläfrigkeit? Nee, kann nicht sein. Das ist nicht richtig. Das ist ja traurig. Schläfrigkeit war ja was anderes. Genau. Kokosnüsse machen traurig. So rum. So. Und Kokosnuss hier bewahrten mich immer vor Schläfrigkeit. Und Schläfrigkeit ist das Stachelschwein. Also, die beiden. Ich habe gesagt, alles sowas von falsch. Ich versuche da nur auszuschauen. Ich lache mir gerade dann ab, das ist so gut. Nein, warum? Was ist denn daran falsch? Opa, hilf mir doch mal. Mit Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig. Okay. Da warst du niemals traurig. Check. Denn sie verhelfen mir immer zu großer Stärke. Check. Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig bin. Hier, lachend und wütend, aber nicht traurig. Mit Wut im Bauch, Wut hier im Bauch, konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Hier. Okusnüsse bewahrten mich immer zuverlässig vor Schläfrigkeit. Das ist hier. Ich schicke dir eine App, mit der du sowas üben kannst. Wow. Ich bin mein Topfge- Ihr kennt das Rätsel. Ich verstehe das so. Das heißt, ich muss alles, was ich nicht zu 100 Prozent... Tut das nicht weh? Was macht ihr mich denn fertig, ey? Es ist doch für mich eindeutig. Vielleicht mag ich das ja. Wow. Ähm. Aber es ist doch logisch. Also, okay. Fangen wir mal gerade an. Wie viel... Gibt es mehr? Ich fühle mich gezwungen, einen Schaltkreis aufzumalen. Na super. Jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Wir fangen mal an. Okay. Pass mal auf. Pro Kreuzung nur ein Feld. Ach, ist das eine Art... Moment, Moment. Pro Kreuzung nur ein Feld? Ah. Das ist ja schon mal ein wichtiger Hinweis. Mit der ich anfangen kann. Das heißt also, hier dürfte nur ein V sein. Richtig? Ich kenn zwar lösen, dass es einleuchtend ist. Ne, ist nicht einleuchtend. Für mich ist nicht einleuchtend, dass Pro Kreuzung nur ein Feld sein darf. Das steht hier nirgendwo geschrieben. Das war nirgendwo in den Regeln. Ich seh hier nirgendwo, das hier steht. Pass auf, Pro Kreuz ist nur eins. Das heißt, an einem Tag, wie hier... Äpfel im Gepäck war ich niemals traurig. Ein Apfel bist du niemals traurig. Heißt, mit einem Apfel im Gepäck bist du lachend oder wütend. Ja, ist doch so. Mit Äpfel im Gepäck bin ich zum Beispiel niemals traurig. Alles klar, du bist niemals traurig. Also bist du mit einem Apfel im Gepäck bist du... Und das ergibt Sinn. Ne? Bist du wütend oder fröhlich? Ich finde es nicht. Also es ist nirgendwo spezifisch eingezeichnet. Das heißt, okay, wenn ihr sagt immer Pro Kreuzung, heißt das... Verstehe ich das jetzt richtig? Klärt mich mal auf. Hier in dieser Linie darf nur ein V sein. Korrekt? Ja, aber es schließt das eigentlich aus. Natürlich. Okay. Also. Es darf immer nur eins sein. Na super. Fangen wir nochmal von vorne an. Yay. Fangen wir von vorne an. Einfach, weil es so gut ist. Wir nehmen erstmal die einleuchtenden Sachen. Also. Apfel ist Bär. Denn sie verheilfen immer zu großer Stärke. Check. Aber wie denn passt hier oben ja nichts mehr hin? Er sagte, er braucht eine Emotion, ein Tier und ein Essen. Ich kapiere es jetzt schon nicht. Ja, danke, dass ich nicht der Einzige bin. Der eine schließt den anderen Zustand nicht aus. Du kannst auch nicht lachen und husten. Naja, also. Schätze. Das ist doch so eine Sache. Ach, vergiss es. Wie münd. Erstmal den Haken bei der Banane machen. Hier, was? Also. Oh, habe ich bei der Banane gemacht. Ups, schön. Mit Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig. Das heißt. Aber ich darf doch auf dieser Kreuzung. Moment, Moment. Also ich darf auf dieser Kreuzung. Jetzt doch keinen weiteren Haken machen. Sehe ich das richtig? Die ist jetzt vergeben. Ich kenne diese Art von Rätsel nicht. Bei so Doku ist es einfach. Da darf keine 3 sein. In vertikal und horizontal. Mit Äpfeln und Bier war ich niemals traurig. Heißt, du kommst aus der alten DDR. Nimm den Apfel und hau einfach den Opa. Nimm dir ins Bild ins Gesicht. Also so verstehe ich das jetzt richtig. Auf dieser Linie darf jetzt kein weiterer Haken mehr sein. Korrekt? Ich werde wahnsinnig. Ja, für euch. So Doku, ja. Ich darf nicht. Also ist ja ein einfaches Ziel. So ein Doku mit einer 3. Ich will doch einfach jetzt nur eine Antwort haben. Hier darf jetzt kein weiterer Haken mehr sein. Korrekt? Oder gelten diese 3er Felder für sich selber? Weil wenn diese 3 3er Felder nur für sich gelten, ist es ja nichts übergreifendes. Mit Äpfel war ich zum Beispiel niemals traurig. Okay, du warst niemals traurig. Heißt, du kannst eins von den beiden gewesen sein. Und die Stärke ist eindeutig hier. Das ist auszuschließen. Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen verbringen, an denen ich nicht traurig war. Das heißt, der Hirsch hat hier eindeutig X und die beiden sind möglich. Mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Wut ist kein Bär. Also der und raus. Jetzt muss ich Wahrscheinlichkeiten abklopfen. Kokosnüsse bewahrten mich immer zuverlässig vor Schläfrigkeit. Das heißt, der ist raus. Hier geht nicht, also muss der ja sein. Weil da darf kein X sein. Heißt, die einzige Möglichkeit eigentlich für ein Dings ist hier. Kokosnüsse bewahrten mich immer vor Traurigkeit. Vor Schläfrigkeit. Ja, lol, das ist das Tier. Ich komme in 10 Minuten nochmal wieder. Ich brauche einen klaren Kopf. Das verwirrt mich noch mehr. Die Felder können sich nicht nur für sich selbst ziehen. Weil du schon vertikal übergreifen musst. Also... Okay, jetzt verwirrt er mich. Heißt das? Das haut ja nicht hin. Ich muss ja hier... Dieses Feld geschlossen für sich ergibt für mich Sinn. Wenn ich das da zunehme, passt ja nichts mehr, weil ich ja auf der Linie was nehmen muss. Weil da könnte ich ja nie was hinsetzen. Wenn ich die drei ausfülle und die drei ausfülle, ist ja hier gar kein Platz mehr, weil immer was mit kreuzen würde. So, du musst nur das am Markern, was du auf dem Zettel stehst. Alles andere mit x. War das jetzt Hilfe genug? Habe ich schon verstanden. Mach so weiter wie in dem Feld, das du schon hast. Okay, check. Also, dieses Feld ist geschlossen für sich. Dieses Feld ist geschlossen für sich. Mehr will ich doch gar nicht wissen. Ich wollte wissen, ob es übergreifend ist. Du hast Zustände, alle anderen sind ungünstig. Genau, so. Mit Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig. Okay, Apfel war niemals traurig. Check, hier. Denn sie verheben immer zu große Stärke. Das Feld haben wir. Hierroische Tarten konnte ich nicht, das ist hier unten. Mit Wut im Bauch konnte ich nie Stärke beweisen. Das ist auch raus. Kokosnüsse bewahrten mich immer zuverlässig vor Schläfrigkeit. Lol. Okay. Mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Wut wäre heroisch. Das heißt, der fällt raus und der muss hier hin. Denn, heroisch, mit Wut im Bauch, der fällt raus. Das heißt, hier habe ich Platz. Die beiden sind auch noch frei. Kokosnüsse. Mit Äpfeln im Gepäck war ich niemals traurig. Das ist Traurigkeit. Denn sie verhalf mir immer zu Stärke. Apfel zu Stärke. Okay. Im Äpfel im Gepäck war ich niemals traurig. Das ist hier oben. Heroische Taten konnte ich immer nur in Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Heroische Taten, an denen ich nicht traurig war. Das sind die beiden. Weil hier ist traurig. Mit Wut im Bauch konnte ich jedoch nie Stärke beweisen. Das heißt, die beiden. Wo essen nur eine Emotion oder ein Tier? Ja, ja, das ist mir klar. Du kannst dich zwei haken. Ich schließe jetzt aus. Also, es bleibt ja nur eine von diesen beiden Möglichkeiten. Meine Frau sagt, dass du bis mindestens 19 Uhr hier sitzt. Ich hoffe nicht. Ich habe ja zwei Zustände. Hier steht ja zum Beispiel für mich fest. Mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Das heißt, entweder das fällt oder das fällt. Anders geht es ja nicht. Also, einer von den beiden muss es sein. Fokusnüsse bewahrten mich mal vor Schläfrigkeit. Das ist hier. Mit Äpfel im Gepäck. Mit Äpfel im Gepäck war ich niemals traurig. Denn sie verheirfen immer zu großer Stärke. Das ist hier der Bär. Ich habe hier ganz beschissene Angaben. Heroische Taten. Hier. Konnte ich immer nur in Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Hier ist traurig. Das heißt, die beiden. Check. Die beiden sind möglich. Ich weiß gar nicht, warum ich hier ein grünes Ding beim Stachelschwein habe. Das ergibt gerade keinen Sinn für mich. Mit Wut im Bauch? Konnte ich nie große Stärke beweisen. Und hier habe ich so gut wie gar keinen Hinweis. Wie jeder weiß, erzeugt jedes Essen genau eine Emotion und fördert eine Eigenschaft. Alles sortieren. Ein Essen, eine Emotion, eine Eigenschaft. Was macht denn jetzt alles wieder kaputt? Wie kaputt? Ich habe hier unten das doch nur festgelegt. Ich verstehe. Also für mich sind ja hier diese drei Felder einzeln. Erzeugt jedes Essen genau eine Emotion und fördert eine Eigenschaft. Mit Äpfel im Gepäck. Ich habe hier zum Beispiel Banane als fröhlich stehen. Hat er gesagt. Das wäre der Igel. Hier ist auch der Igel. Weißt das, dass das hier auch der Igel sein muss? Dann wäre das Essen jetzt fröhlich und ein Igel. Ah, also geht die Lösung auch invertiert. Weil dann ja, check. Okay, also Essen muss die Igel sein, muss auch hier Igel sein. Weil Essen, Banane, fröhlich, Igel. Äpfel im Gepäck war ich niemals traurig. Und das wäre der Bär. Heißt, das fällt weg, weil Sudoku wäre dann hier. Apfel, wütend, Bär. Apfel, wütend, Bär. Bedeutet. Bleibt ja eigentlich nur das. Wütend, Hirsch. Wütend, Hirsch. Was ist denn jetzt falsch da dran? Banane, lachen, Igel. Banane, lachen, Igel. Apfel, wütend, Bär. Apfel, wütend, Bär. Mit Wut im Bauch hingegen konnte ich nie große Stärke beweisen. Okay. Hier unten passt das nicht, ne? Bestehe ich das richtig? Apfel, wütend, Bär. Mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Das haut nicht hin. Das haut nicht hin. Ja, nächste Folge, wenn ich das Rätsel hoffentlich gelöst habe. Scheiße, oh Gott. Das wird lustig. Macht's gut, Leute. Ciao. lite viel Angst, du hast l mixture. Co к Wer Reagan. Boa Sechs. Hoca. Hoca nach. Hoca. Hoca nach. Hoca nach. Undo was le veterans.